Sie ist ein Fremdkörper, den man beseitigen muss. Eine Existenz, die niemals hätte geboren werden sollen. Oder bin ich nicht mehr, nicht mehr dein Partner? Weißt du, es gibt jemanden, der dich jetzt mehr denn je braucht. Und das ist Meikomon. Meikomon ist dein Partner, egal in welcher Gestalt. Wenn man den anderen erreichen will, dann schafft man das auch. Du bist doch ihre Partnerin. Und ich wette, mit dir Meikomon hat dich sicher auch richtig gern. Du bist... Nein, wir alle sind die einzige Hoffnung für Meikomon. Wärst du nicht auserwählt worden, wären wir jetzt keine Freunde. Hier gibt's nicht nur einen Diggi-Ritter. Wir sind alle Diggi-Ritter. Greif nach den Sternen, du bist bereit. Die Diggi-Welt hasst uns. Für sie sind wir. Ein Hindernis. Ein Hindernis, das sie aufhält. Gibt es keine Chance? Kann der Partner denn wirklich nichts mehr tun? Vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit. Die Zeit ist abgelaufen. Das Schicksal ist bereits besiegelt. Wir müssen diesen Fremdkörper beseitigen. Wenn Yggdrasils Wille wirklich geschieht, dann wird die Diggi-Welt unsere Welt verschlucken. Wir müssen kämpfen! Ja! Tye! Wer zum... Wer zum Teufel ist eigentlich unser Feind? Seit wann werden unsere Freunde im Namen der Hoffnung geopfert? Antworte! Ich werde nicht zusehen, wie sie leidet. Denn wir sind die auserwählten Diggi-Ritter. Lebe deinen Traum, denn der wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Und alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich hab dich doch so lieb. Weißt du das, Meikomon? Geh deinen Weg! Untertitelung des ZDF, 2020